Hey, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir besprechen im heutigen Video das Fibonacci Retracement. Das Video wurde von euch öfters angefragt und dementsprechend kommt es heute. Falls du also noch Video-Vorschläge hast, die du jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall gerne sehen würdest, dann schreib es unten schon mal in die Kommentare. Ich habe noch einiges für euch geplant. Dementsprechend lohnt es sich gerade in den nächsten Wochen auf Abonnieren zu drücken und dem Video auf jeden Fall schon mal ein Like zu geben. Also, das Fibonacci Retracement besprechen wir heute. Dazu besprechen wir natürlich die einzelnen Retracements selber, wie ich es selber persönlich nutze und im Chart dann hinterher am Beispiel euch auch erkläre, wie ich es anwenden würde. Und wir gehen noch ganz kurz darauf ein, was sind mögliche Fehler, die passieren können, wenn man das Fibonacci Retracement nicht richtig nutzt. Und das schauen wir uns jetzt an nach dem Intro. Viel Spaß! Das Fibonacci Retracement oder auch die Fibonacci-Folge im Deutschen findest du in deinem Broker. Hier meistens auf der linken Seite unter Fibonacci und dann hier auf dem Deutschen Broker als Fibonacci Folge. Diese wird immer von links nach rechts angezogen. Das heißt, hier machen wir unseren ersten Punkt und dann ziehen wir nach rechts an. Das wird sich aber mittlerweile dann auch eingewöhnen. Dann bekommst du diese Fibonacci-Folge bzw. diese Fibonacci Retracements angezeigt. Welche Retracements haben wir jetzt hier? Wir haben einmal das Nuller Retracement, das 23,6er, das 38,2er, das 50er, das 61,8er, das 78,6er und das 100er Retracement. Wichtig zu wissen ist, dass das Fibonacci Retracement immer von einem signifikanten Tief zu einem signifikanten Hoch angezogen wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieser Punkt, also das 100er Retracement, in einem Aufwärtstrend, wenn der Trend so verläuft, dann sollte das Fibonacci Retracement 100 hier unten bei unserem signifikanten Tief angesetzt werden und das Fibonacci Retracement 0 hier oben bei unserem signifikanten Hoch angesetzt werden. Andersherum gilt das für den Abwärtstrend. Fibonacci Retracement bedeutet, wenn wir das Fibonacci Retracement für einen Abwärtstrend anziehen, dann ziehen wir von oben nach unten, aber weiterhin von links nach rechts. Und dann seht ihr, wir haben jetzt hier oben, ich ziehe das Ganze mal weiter nach links, wir haben jetzt hier oben die 100 und unten die 0. Das heißt, wenn unser Chartverlauf ungefähr so aussehen würde, dass wir hier so runtergegangen sind, dann hatten wir hier oben vielleicht ein signifikantes Hoch und hier unten ein signifikantes Tief. So ziehst du das Fibonacci Retracement schon mal richtig an. Wir gehen jetzt hier oben nochmal auf das Fibonacci Retracement im Aufwärtstrend. Welche sind nun die für mich, meiner Meinung nach, persönlich wichtigen, beziehungsweise die, die ich am meisten nutze, die Retracements? Dazu gehören natürlich das 0er und das 100er, weil diese brauchen wir natürlich, um das Fibonacci Retracement richtig anzuziehen. Und dann das 38,2er, das 50er und das 61,8er Retracement. Diese nutze ich am meisten im Chart. Das bedeutet, wir können theoretisch gesehen das 23,6er sowie das 78,6er ausblenden. Dies geht einfach, wenn wir hier auf die Levels gehen und dann hier das 23,6er sowie das 78,6er rausnehmen. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick und zwar das Golden Pocket. Das Golden Pocket ist eine bestimmte Zone im Fibonacci Retracement und das können wir ebenfalls noch hinzufügen, indem wir das 65er Retracement hinzufügen. Nun entsteht hier nur eine kleine Zone im Fibonacci Retracement durch das 61,8er und das 65er Retracement, wo sich öfter mal der Chart hinbewegt. Dementsprechend sehr, sehr beliebte Technik, hier noch das 65er Retracement mit reinzunehmen. Wie nutze ich persönlich nun das Fibonacci Retracement? Die häufigste Wahl, die ich beim Fibonacci Retracement nutze, ist, um Trende zu analysieren, um Pullbacks zu traden. Das heißt, wir nutzen Trende, beispielsweise Aufwärtstrende, legen das Fibonacci Retracement an und können dann Pullbacks bestimmen bzw. Support oder Widerstandszonen, wo sich der Kurs dann hinterher wieder umdrehen wird und mit dem Trend dann weiterlaufen wird. Das zeige ich dir jetzt gleich auch direkt am Beispiel. Des Weiteren kann man das Fibonacci Retracement nutzen, um mögliche nächste Preisanstiege bzw. Preiszonen in der Zukunft zu bestimmen und so ein wenig vorherzusagen, wo der Preis in Zukunft möglicherweise, falls wir einen Aufwärtstrend oder einen Abwärtstrend beibehalten, hinlaufen wird. Jetzt starten wir aber erstmal rein mit den Trenden. Das heißt, wie wir Fibonacci Retracements nutzen können, um innerhalb des Trendes die Fibonacci Retracements anzulegen, um bessere Einstiegsmöglichkeiten durch Pullbacks wieder in unsere Trades zu bekommen. Starten wir rein. Dieses Video ist gesponsert von XTB. XTB ist der Broker meines Vertrauens, von dem aus ich meine persönlichen Trades selber ausführe. In der XTB XStation fühle ich mich sehr wohl und die Spreads bzw. die kompletten Gebühren sind sehr gering, weshalb ich gerne in der XTB XStation trade. Aktuelle Botschaftler von XTB sind, wie du hier sehen kannst, unter anderem Conor McGregor und Ika Casillas neuerdings auch. Falls du also noch nach einem Broker suchst oder mit deinem aktuellen Broker nicht zufrieden bist, schau gerne mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir XTB verlinkt. Vielen Dank an XTB für das Sponsor dieses Videos und nun geht es natürlich weiter mit dem vollumfassenden Video über Fibonacci Retracements. Wenn wir uns hier den Chart anschauen, dann hatten wir hier einen kleinen Abwärtstrend vorliegen. Und was wir jetzt sehen werden ist, wir beobachten einfach mal den Chart und suchen hier mit Hilfe von Fibonacci Retracements einen möglichen Einstieg. Bedeutet, wir beobachten jetzt einfach nur den Chart und ich zeige dir, das heißt du kannst jetzt einfach beobachten, was ich mache, was meine Gedanken sind beim Traden hier. Wie suche ich jetzt hier Einstiegsmöglichkeiten? Ich beobachte hier den Chart und ziehe nun einfach mal hier weiter den weißen Kasten nach rechts, damit wir so simulieren, dass hier gerade ein Live Trading stattfindet. Das heißt, wir schauen hier erstmal weiter nach rechts und wir beobachten. Was wir jetzt sehen ist, okay, hier habe ich jetzt schon gesehen, unser letztes Hoch wurde hier gerade überschritten. Das heißt, unser letztes Hoch, was sich in dieser Zone hier befand, wurde hier gerade überschritten. Was erwarten wir nun hier? Naja, wir erwarten zumindest, dass der Abwärtstrend hier vorbei ist und da wir hier ein neues Hoch dann machen, könnte sich hier ein Aufwärtstrend entwickeln. Dementsprechend schauen wir hier mal weiter und wenn wir das weiter nach rechts sehen, dann sehen wir, okay, wir haben hier schon mal einen Hoch gebildet. Ob das jetzt direkt ein signifikantes Hoch ist, schwer zu sagen, da Signifikanz natürlich etwas ist, was relativ subjektiv ist und nicht objektiv, was wir gerne hier im Trading hätten. Das heißt, wir könnten hier theoretisch gesehen mal das Fibonacci Retracement anzeichnen und schauen, ob wir uns hier in die Zonen 38,2, 50 und 61,8 bzw. 65 bewegen. Falls nicht, gar kein Problem. Das heißt, der Chartverlauf läuft hier weiter, läuft hier weiter hoch und hier können wir dann natürlich unser Fibonacci Retracement höher nachziehen, weil das Hoch ja weitergegangen ist. Und jetzt beobachten wir, okay, wir sind hier, nachdem wir hier mittlerweile ein signifikantes Hoch gemacht haben, in meinen Augen, in die Zone des 38,2 Retracements reingegangen. Dies alleine ist jedoch kein Kaufsignal. Bitte beachtet, wer alleine nur nach Retracements handelt, der wird langfristig nicht erfolgreich traden. Ihr müsst mindestens andere Sachen dazu hinziehen. Wir beobachten jetzt also weiter den Chart, denn nur aufgrund des 38,2 Retracements und dem Bounce, den wir hier in der Candle gesehen haben, nachdem hier, obwohl eine starke, ja eine sehr, sehr starke Short Candle kam, bzw. eine Bearish Candle, können wir hier keinen Trade starten. Wir beobachten also weiter und suchen Indikatoren, ja. Zum anderen können wir natürlich auch sagen, okay, hier war unser letztes Hoch, das heißt, hier müsste doch irgendwie Support bzw. Widerstand zu Support geworden sein, ja. Und deswegen beobachten wir hier weiter. Nächste Candle, ja, und hier, was wir hier sehen, ich mache das Ganze nochmal kurz weg, was ich hier bereits schon eingezeichnet hatte. Was wir hier sehen, wenn wir jetzt ranzoomen, ist eine sehr, sehr schöne Hammer Candle, ja. Auch dazu nutzen wir ja die Fibonacci-Folge. Wir ziehen hier unten bei der Kerze an, nach oben und können hier sehen, dass die Hammer Candle hier genau in dem Bereich des 38,2 bis zum Nuller Retracement ist. Wer das Video zur Hammer Candle noch nicht gesehen hat, dem habe ich in einer der beiden Ecken hier oben das Video zur Hammer Candle verlinkt. Schaut ihr das auch gerne nach diesem Video an. Also, wir haben hier eine Hammer Candle, das heißt, hier ein weiteres bullisches Signal und danach die Candle sieht ebenfalls gut aus, das heißt, man könnte hier theoretisch gesehen seinen Trade starten bei der Hammer Candle, nachdem diese, ja, beendet ist. Das heißt, wohin traden wir? Immerhin bis zum letzten Hoch, das heißt, dies hier wäre unser Long Potential, das zeichnen wir einmal hier ein und unser Stop Loss würde irgendwo hier liegen, unter der letzten Kerze. Das heißt, das wäre ungefähr unser Stop Loss und dann schauen wir, wie der Trade hier verlaufen wäre, das heißt, wir ziehen hier weiter nach rechts und wir sehen, wir bewegen uns hier genau auf das letzte Hoch und hier wäre dann schon unser Trade vorbei gewesen, da wir hier ganz normal mit dem Trend gehandelt haben. Was wir dann machen ist, wir können das Fibonacci-Retracement nachziehen, da wir hier ein neues signifikantes Tief gebildet haben. Und dann warten wir, nachdem wir hier ein neues Hoch machen, natürlich auf ein neues signifikantes Hoch, da wir hier darauf spekulieren, dass der Aufwärtstrend hier weitergeht. Und dann ziehen wir mal weiter nach rechts und wir sehen, okay, der Aufwärtstrend geht hier signifikant weiter und wir machen hier gerade ein neues Hoch. Bedeutet, wir können theoretisch gesehen das Fibonacci-Retracement hier weiter nachziehen. Was erwarten wir jetzt hier wieder? Das war hier unsere letzte Support Zone, wo wir auch reingetroffen sind, wo der Kurs dann auch, wieder von gestartet ist und wir hatten ja hier ein neues Hoch. Das heißt, hier befindet sich unsere neue Support Zone. Das heißt, die machen wir auch wieder lila oder zumindest lila-blau, sage ich mal. Und hier warten wir jetzt wieder, dass wir in diese Support Zone mit dem 50er Retracement, was hier ist, und dem 61,8er Retracement reinfallen. Jetzt beobachten wir weiter den Chart und wir sehen hier, okay, diesmal ist der Chart hier nicht sehr viel weiter nach unten gefallen. Dementsprechend haben wir hier keinen Trade starten können, aber das ist ja auch gar kein Problem, weil wir haben ja alle Zeit der Welt und müssen ja nicht jeden Trade nehmen. Ich sehe sehr, sehr viele Trader, die einfach wirklich jeden Trade alle 5 Minuten versuchen zu nehmen. Wir sind hier übrigens auf dem 4-Stunden-Chart. Dementsprechend Ruhe behalten und weiter beobachten. Der Trend geht hier weiter nach oben und hier machen wir theoretisch gesehen dann unser neues Hoch. Das heißt, wir ziehen das Fibonacci Retracement nochmal weiter nach. Vielleicht war es das auch noch gar nicht. Sehen wir so, okay, hier, da ist dann unser nächstes signifikantes Hoch. Worauf wir nun hier warten, natürlich nach dem signifikanten Hoch, ist natürlich wieder, dass wir wieder in unsere Support Zone, die früher Widerstand war, reinfallen und das gleichzeitig mit einem Fibonacci Retracement kombinieren können. Und dann schauen wir uns mal an, was hier im Chart passiert. Das heißt, wir ziehen hier weiter nach rechts. Man könnte hier auch sagen, dass dies hier ein neues Hoch war. In irgendwo, ja schon, aber wir wollen ja mit signifikanten Hochs und signifikanten Tiefs arbeiten. Dementsprechend haben wir hier dann signifikantes Tief und hier dementsprechend ein signifikantes Hoch. Und wir sehen, okay, hier fällt unser Preis dann wieder in genau diese, ja, in genau diese Zone rein, wie hier Support ist mit unserem 61,8er und 65er Retracement. Was wir hier machen können, ist dann natürlich wieder einen Trade Long starten bis nach oben hin. Das heißt, das hier wäre unsere Chance bis nach oben hin, hier bis zum letzten Hoch. Dorthin würden wir unseren Take Profit setzen und unser Stop Loss würde sich dann hier irgendwo unten befinden. Das habe ich jetzt nur mal rein provisorisch so eingezeichnet, wie dann der Stop Loss letztendlich genau aussehen würde, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Und wir schauen einfach mal, wie der Trade verläuft, ja, wir laufen hier wieder nach oben hin und kommen genau zu unserem letzten Hoch. Machen sogar noch ein höheres Hoch, aber kein signifikant höheres Hoch, ja. Man kann hier schon bei diesem Aufwärtstrend sprechen, dass dies hier nicht das mega signifikanteste Hoch ist. Das heißt, wir können hier natürlich das Fibonacci Retracement anzeichnen, müssen wir natürlich aber nicht. Wir können hier aber weiterhin den Chartverlauf beobachten, ja. Das heißt, wir können hier aber das letzte Tief schon mal nehmen, das heißt, das Fibonacci Retracement können wir hier schon mal nachziehen. Und dann beobachten wir weiter den Chart, ja. Wir machen hier ein neues Hoch, machen hier ein neues Tief und können dann wieder das Fibonacci Retracement nachziehen. Wir warten jetzt wieder auf ein neues Hoch, darauf warten wir wieder, damit wir das Fibonacci Retracement wieder nutzen können. Und wir hatten hier ja das letzte Hoch, das heißt, hier, solange dieses Hoch hier gebrochen wird, wird hier wahrscheinlich Widerstand wieder zu Support. Und darauf warten wir jetzt. Ja, und der Kurs läuft hier hoch. Und wir machen hier wiederum ein neues Hoch, genauso wie wir das sehen wollten. Hier durchbrechen wir das letzte Hoch, das heißt, wir machen hier ein sehr, sehr signifikantes neues Hoch, ziehen das Fibonacci Retracement nach und warten hier genau, dass wir in diese letzte Widerstandszone reinfallen, die hier sich hier mit dem 38,2 Retracement genau bündelt. Und jetzt könnten wir hier wieder unseren Long Trade starten, nachdem wir hier in unsere Supportzone reingefallen sind. Wir haben hier das 38,2 Retracement und dann hätten wir hier diesen Trade hier, der wiederum in grün wäre. Das heißt, das wäre unsere Chance und unser Risikoverhältnis läge irgendwo hier. Das heißt, das wäre vielleicht unser Stop Loss. Wie gesagt, wie man den hier letztendlich macht, ist eben selber nochmal überlassen. Und dann schauen wir, was der Kurs macht. Der Kurs fällt genau in unsere Zone rein und steigt dann wieder bis zu diesem Hoch. Wir beobachten hier also weiterhin den Kursverlauf und schauen, wie das Ganze hier weitergeht. Und was wir hier gerade sehen, ist sehr, sehr interessant. Wir haben hier einen sehr, sehr starken Fall nach unten. Und was nach sehr, sehr schnellen und starken Fällen passiert, ist meistens, dass wir wieder genauso schnell und genauso stark nach oben hin steigen. Und was wir ebenfalls sehen, ist, dass wir, jetzt nutze ich mal hier die horizontale Linie, dass wir hier zwei Punkte hatten im Chart. Diese hätte man natürlich sehen müssen, wo der Kurs hier zweimal signifikant wirklich, wirklich stark nach oben gestiegen ist. Das heißt, hier sind wir einmal 76 Pips nach oben gestiegen und von hier sind wir, ja, nur allein in der Kerze 100 Pips nach oben gestiegen und letztendlich 146 Pips nach oben gestiegen. Das heißt, hier ein signifikanter Punkt, wo schon zweimal wirklich, wirklich starker Support geleistet wurde. Und dementsprechend musste man hier ganz vorsichtig sein bei diesem Punkt, um hier weiter zu shorten. Und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was hier passiert ist. Okay, wir haben hier mehrere grüne Kerzen und genau das, was ich gerade gesagt habe, nachdem es stark nach unten gefallen ist, geht es umso schneller wieder nach oben. Und das sehen wir hier bis zu dem Moment, wo wir hier unsere letzten, ja, unsere letzten Supports hatten. Ja, auch hier war unser letzter Support, der wurde jetzt hier zu Widerstand. Wir fallen also wieder. Sehr, sehr schöner Trade wäre auch das hier gewesen. Das heißt, auch das hätte man hier nach unten traden können, vielleicht sogar bis hier unten hin. Das werden wir jetzt sehen. Das wäre nicht aufgegangen. Also auch mal ein Beispiel dafür, dass nicht immer jeder Trade genauso aufgeht, wie man es sich vorstellt. Und dann, was passiert hier wieder? Wir stoßen hier weiter nach oben. Das heißt, hier wurde auch wieder auf dem 1-Stunden-Start ein Aufwärtstrend hier gebildet. Wenn wir das Ganze jetzt auf den 1-Stunden-Start stellen würden, dann wäre das hier auf jeden Fall ein signifikanter Aufwärtstrend hier gewesen. Ich glaube, so kann man es noch besser erkennen. Und jetzt würde ich weiter warten. Und wir sehen hier, okay, wir fallen wieder in unsere Support-Zone rein, die eben schon hier einmal gehalten hatte, dann hier nicht mehr hielt, aber jetzt wieder gehalten hat. Und sehen hier, okay, wir fallen das zweite Mal in diese Support-Zone rein, machen hier aber kein tieferes Tief. Das heißt, wir sind immer noch im Aufwärtstrend, haben hier ein höheres Hoch jedoch gemacht und warten jetzt hier, bis wir wieder ein höheres Hoch machen. Und genau das passiert. Und insgesamt machen wir hier dann natürlich ein absolut höheres Hoch, wenn wir uns den Chartverlauf hier im Ganzen anschauen. Und das ist natürlich wieder ein Zeichen dafür, dass wir hier ein signifikantes Hoch haben, was hier ganz entscheidend ist, um das Fibonatur-Retracement wieder anzuziehen. Da wir jetzt hier auf einer größeren Timeskala sind, nehmen wir dieses Tief hier, weil welches andere Tief sollten wir hier sonst nehmen? Dieses Tief war schon dreimal sehr entscheidend in dem Chart. Das heißt, dieses Tief nehme ich hier auch wieder und schaue, dass ich hier das nächste Hoch anvisiere. Was wollen wir dann wieder sehen? Wir wollen hier, wie gesagt, erstmal sehen, dass das hier komplett unser Hoch war. Und dafür mache ich das Fibonatur-Retracement hier nochmal ein bisschen genauer. Und dann hatten wir hier natürlich unser letztes Hoch, was hier Widerstand war und was dann natürlich wieder zu Support werden sollte. Dies leihen sich gut ab mit dem 38,2er-Retracement. Das heißt, wir schauen mal, vielleicht fallen wir genau dort rein. Okay, wir machen hier noch ein höheres Hoch. Jetzt sind wir hier ungefähr bei dem, wenn ich das so mal sehe, bei dem 50er-Retracement. Und wir schauen mal, was passiert. Wir haben hier unser signifikantes Hoch. Wir kommen hier einmal, zweimal auf das 38er-Retracement, wie wir hier sehen. Dies hatte aber keinen anderen Indikator dafür, dass der Preis hier wieder steigen sollte. Das heißt, hier sind bestimmt viele, viele ausgestoppt worden. Und dann fallen wir hier sehr, sehr schön auf das 50er-Retracement hoch und von hier geht es dann wieder nach oben. Das heißt, hier hätte man auf jeden Fall keine Verluste genommen, solange man hier den Stop-Loss nachgezogen hätte. Wir gehen hier wieder nach unten, gehen wieder nach oben und bewegen uns eher so ein bisschen seitwärts. Hier oben wäre unser Price-Target gewesen. Das heißt, wenn wir hier unseren Einstieg bekommen hätten, dann wäre hier ungefähr unser Price-Target gewesen. Das kann ich hier nochmal ganz schnell einzeichnen. Dauert ja nicht lange. Ungefähr hier und hier hätten wir es noch nicht getroffen. Und dementsprechend kommen wir hier wieder zurück zu unserem 50er-Retracement. Der Kurs hat sich also lange, lange seitwärts bewegt, bevor wir hier dann mal runtergekommen sind. Die Frage ist jetzt, wie lange mein Stop-Loss gewesen wäre. Ich hätte meinen Stop-Loss auf jeden Fall unter dem 61,8er-Retracement gesetzt. Das heißt, hier unten wäre auf jeden Fall mein Stop-Loss gewesen. Ich hätte ein sehr, sehr gutes Chancen-Risiko-Verhältnis immer noch gehabt. Und wie wir hier sehen können, langfristig treffen wir hier auch unser Price-Target. Das heißt, letztendlich war hier dies hier unsere Support-Linie, die dann wirklich gehalten hat und nicht unsere 50er. Wenn wir aber einen guten Stop-Loss setzen, dann werden wir hier auf jeden Fall trotzdem mit einem positiven Trade rausgehen. Wie wir hier sehen, machen wir sogar noch ein neues, signifikantes Hoch. Dies sollte dann also genug Beispiele dafür gewesen sein, wie wir das Fibonacci-Retracement gerade in Trenden nutzen können, um hier super, super effizient zu arbeiten und um hier richtig gute Pullbacks traden zu können. Dann möchte ich auf jeden Fall noch ein Beispiel für den Abwärtstrend geben. Das ist natürlich genau das Gleiche in Andersherum, aber einfach nochmal für die Visualisierung bekommt ihr hier nochmal einen Abwärtstrend, den ich euch hier schon mal eingezeichnet habe. Das heißt, wir fallen hier nach unten, machen unser tieferes Hoch, machen dann hier tiefere Tiefs, aber kein signifikantes tieferes Tief. Darauf warten wir noch, wir ziehen den Chart ein bisschen weiter nach rechts und sehen dann hier, okay, hier stoßen wir wieder nach oben, machen hier ein signifikantes Tief, wie wir jetzt hier sehen. Und worauf warten wir natürlich, dass wir hier in unser letztes Tief, was hier noch Support war, jetzt wieder in Widerstand verwandeln können. Darauf warten wir jetzt und falls das passiert, ist das gut und wir können hier unser Fibonacci-Retracement von unserem letzten Hoch bis hin zu unserem signifikanten Tief anziehen und würden hier warten, dass wir hier in dieses 61,8er bzw. 65er Retracement reinfallen. Und wie wir hier sehen, passiert dies nicht. Das heißt, falls wir da nicht reinfallen, ist das gar nicht schlimm, dann starten wir einfach keinen Trade und warten hier weiter. Hier können wir dann wieder unser Fibonacci-Retracement nachziehen, das heißt, wir warten hier auf ein tieferes Tief, was gemacht wird. Wir haben aber hier auf jeden Fall schon ein tieferes Hoch, was signifikant ist und warten jetzt hier darauf, dass wir hier ein signifikantes tieferes Tief haben, was sich dann hier letztendlich ausbildet, da wir hier wieder stark von steigen, wie wir jetzt sehen. Das heißt, hier ist unser signifikantes tieferes Tief, wovon wir hier sprechen und jetzt warten wir natürlich darauf, dass hier unser letztes Support Zone, welche ungefähr hier war, sich dann wieder in Widerstand einbaut. Das heißt, wir ziehen hier wieder nach rechts, sind hier ungefähr beim 0,5er bis zum 61,8er Retracement und wir schauen mal, was passiert. Das heißt, der Chart steigt hier genau bis zu unserer Support Zone, die jetzt zu Widerstand geworden ist. Wir sind hier genau am 50er Retracement vom Fibonacci-Retracement. Ich würde das gerne nochmal sehen. Das heißt, genau hier sind wir dann wieder gedreht zwischen dem 0,5er bzw. dem 50er und dem 61er Retracement. Und hier wäre dann unser Price Target natürlich nach unten gewesen. Hier hätten wir den Trade dann gestartet. Das wäre dann unser Price Target hier gewesen. Und unser Stop Loss, den hätten wir ebenfalls setzen können und zwar über dem 61,8er Retracement, sofern wir hier direkt den Trade gestartet hätten. Und dann wäre unser Trade irgendwie so ausgesehen. Und dann schauen wir mal, ich möchte es ganz gerne noch ein bisschen schöner haben hier, dann schauen wir mal, wie das Ganze hier geendet ist. Treffen wir unser Price Target. Hier treffen wir unser Price Target. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das heißt, wir suchen hier wieder nach einem signifikanten neuen Tief, nach einem signifikanten neuen tieferen Hoch und ziehen dann wieder unser Fibonacci-Retracement an. Schauen nach Support und Resistance-Zone, schauen möglicherweise nach Candlestick-Patterns, wie wir es eben im ersten Beispiel schon hatten. Oder vielleicht nach Chart-Patterns, falls da uns welche auffallen. Wer nun seine Trades gerne etwas länger laufen lässt, so wie ich es persönlicherweise gerne mache und dafür noch höhere Price Targets, die nicht zu eng anliegend sind, braucht, der kann das Fibonacci-Retracement auch nutzen, um weitere Price Targets ausfindig zu machen, wo dann letztendlich noch weitere Gewinne mitgenommen werden. Wenn wir uns das Fibonacci-Retracement nun also anschauen, dann haben wir hier oben auch noch das 161,8er Retracement. Das ist prinzipiell das 161,8er Retracement, was hier unser Golden Pocket hinterher dann ausmacht, plus unser 100er Retracement. Und das nutze ich sehr, sehr gerne, um mögliche weitere Price Targets auszumachen, wenn wir uns beispielsweise in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend befinden. Wie legen wir das Ganze an? Natürlich wieder am signifikanten Tief und am signifikanten Hoch und dann befinden wir uns hier dann oben beim 61,8er Retracement. Diese werden nicht immer getroffen. Sehr, sehr vorsichtig sollte man also mit diesen sein. Man kann sie aber sehr gut kombinieren, wenn man beispielsweise Widerstandszonen in einem Aufwärtstrend noch findet, die genau dort liegen oder Supportzonen findet, die auch genau dort liegen. Wenn beispielsweise auf dem Weg dorthin nur wenig Widerstand gegebenenfalls oder Support sich befindet. Wenn wir uns wie hier beispielsweise in einem Aufwärtstrend befinden, dann kann man das Fibonacci-Retracement wie gesagt auch dazu nutzen, um höhere Preisziele zu bestimmen. Wie machen wir das Ganze? Ja, wir nehmen hier unser signifikantes Tief wieder und unser signifikantes Hoch, zeichnen das Ganze wieder an und sehen dann hier, okay, wir haben hier rechts oben unser 161,8er Retracement. Falls wir wie beispielsweise an dieser starken Kerze hier merken, okay, hier geht es wieder bergauf, weil das hier beispielsweise auch noch eine Hammer Candle ist, die wir hier haben. Ein sehr, sehr bullisches Signal und dann wollen wir beispielsweise hier ein wenig mehr Risiko eingehen, indem wir hier vielleicht nur 50% der Gewinne mitnehmen und dann alles weiterlaufen lassen zum 61,8er Retracement, weil sich beispielsweise hier auf der linken Seite dann noch ein weiterer Widerstand befindet, sich aber in der Zwischenzeit von dort bis dort fast kein Widerstand mehr befindet, wie wir hier sehen können. Das heißt, diese Zone ist, wenn wir hier sie nach links ziehen, fast frei von Widerständen. Dementsprechend hätte man hier gut die Chance nutzen können und hier das 61,8er Retracement beispielsweise anwenden können. So nutze ich das 161,8er Retracement häufiger mal, um halt höhere Price Targets und dementsprechend auch höhere Pips angewinnen mitzunehmen, indem ich darauf achte, dass sich zwischen meinem Hoch, was sich gebildet hat, das signifikante Hoch, wie es hier der Fall war, und meinem 161,8er Retracement nicht weitere Widerstandszonen befinden. Diese, welche ich beachten muss und dann können beispielsweise hier das 161,8er Retracement hier ganz einfach getroffen werden. Und dann habe ich natürlich, anstatt hier beispielsweise von ungefähr 189 Pips zu sprechen, ganze 330 Pips, beziehungsweise bis zum 161er Retracement wären hier fast 320 Pips. Nun solltest du verstanden haben, wie du das Fibonacci Retracement in Trenden auf jeden Fall perfekt anwenden kannst. Falls du das noch nicht verstanden hast, schau dir auf jeden Fall unbedingt das Video nochmal an, wenn das Fibonacci Retracement ist wirklich sehr, sehr effizient, wenn man es richtig nutzt. Wie gesagt, im Video waren alles tolle Beispiele, auch mal Beispiele, dass man vielleicht nicht jeden Trade mitnehmen sollte. Achtet darauf, dass ihr die richtig guten Trades tradet und nicht jeden dahergelaufenen Trade, nur weil vielleicht mal das Fibonacci Retracement am 38,2er Retracement angekratzt hat, beziehungsweise der Chart dort angekratzt hat und somit der Preis. Falls du das Ganze gut fandest und das Video dir gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da, schreib unten in die Kommentare einen Kommentar für den Algorithmus und falls du neu auf dem Kanal bist, lass auf jeden Fall ein Abonnement da. Vielen Dank an XTB für das Sponsoren dieses Videos und ciao!